Es soll eine Hommage sein an den Autor von Herr der Ringe, der neue Film von Regisseur Dome Karukoski. Der Film konzentriert sich auf die frühen Jahre Tolkiens, gespielt von Nicholas Holt, seine Zeit am Pembroke College und als Soldat im Ersten Weltkrieg, und betrachtet, welche Einflüsse diese Erlebnisse auf seine Werke hatten. Doch nicht alle freuen sich über den Streifen. Tolkiens Familie hat eine Erklärung abgegeben, dass sie dem Film nicht zugestimmt oder ihn autorisiert habe. Ich würde mich freuen, wenn die Familie den Film sehen würde. Ich habe ihnen angeboten, den Film gemeinsam zu schauen, damit sie sehen, dass er mit Respekt und Bewunderung eines Fans gemacht wurde und nicht den Charakter verteufelt. Die Erklärung selbst war nicht feindlich, also fühlte ich mich auch nicht beleidigt, aber ich würde den Film gerne mit ihnen anschauen, ihre Gefühle und Emotionen hören und darüber sprechen, welche künstlerischen Freiheiten verwendet wurden. Der Film kommt am 20. Juni in Deutschland in die Kinos. Und betrachtet, welche Einflüsse diese Erlebnisse auf seine Werke hatten. Und da ist eine Entwicklung am 21. Juni in der Kinos. Und dann wird der Film kommen am 21. Juni in der Kinos. Untertitelung des ZDF, 2020